Musik Ja, das war's. So grob ist dreckig, die ganzen Dachflächenfenster oben sind schwarz. Jetzt hoffe ich, dass es heute Abend ein schönes Gewitter gibt mit viel Wasser, dass der grobe Dreck dann schon mal weggeht und den Rest ist halt eben Handarbeit machen. Die ganzen Balkone sind schwarz, alles was drauf gestanden hat ist schwarz, Autos sind schwarz, also von daher bleibt ein bisschen Arbeit an uns hängen, aber ist halt leider nicht zu Ende. Schauen wir mal. Das war's für heute Abend.